Frau Simonson, für wie gewichtig halten Sie denn so eine Konferenz wie die AZK, wo ja jetzt knapp 3000 Leute immerhin zuhören und auch zu sechs verschiedenen Themen heute Vorträge hören, die in den Medien sehr oft verschwiegen werden? Ja, ich bin sehr überrascht über diese Veranstaltung, der gute Geist, der hier herrscht. Und auch ich merke diese spirituelle Energie von Liebe, dass es nicht darum nur geht, gegen etwas zu sein, sondern für etwas. Also ich spüre, klingt pathetisch, weil hier so den Geist einer neuen Welt und ja, solche Veranstaltungen. Also ich fühle mich sehr geehrt, dass ich hier sein darf und ein kleiner Teil davon. Und weil es auch eine ganz große Unterstützung ist für meine weitere Arbeit, dass ich ja eben nicht so sehr direktes Leserecho oft bekomme und dann einfach hier merke, Mensch, da gibt es ja Richtungen in der Gesellschaft, wo du mit deiner anti-autoritären Art nicht aneckst, sondern ja, wo du gewertschätzt bist. Finde ich sehr, sehr wichtig. Und dann auch die anderen Referenten kennenzulernen und diese vielen, vielen jungen Menschen, teilweise auch Kinder, aber das ist ja, da sind ja fast die jungen Menschen in der Mehrzahl. Also das finde ich ein sagenhaftes Phänomen. Und ich bin auch christlich orientiert. Und für mich ist dieser Christusgeist im positiven Sinne und das Evangelium als die frohe Botschaft hier sehr wahrnehmbar, die ich leider in den Kirchen, ich singe auch im Kirchenchor, bei den Predigten von den Pastoren nicht mehr wahrnehme, sondern da sind die Kirchen voll zu Weihnachten, zu Ostern und sonst gehende Lehre. Und dann so eine Veranstaltung hier mit 3000 Menschen, die offenbar hier freiwillig sind, keine Ahnung. Das ist also für mich ein Phänomen. Gibt es in Ihren Augen drei ganz klassische Merkmale, an denen man erkennt, dass ein Mensch heil ist? Also ich glaube, so richtig heile Menschen gibt es überhaupt nicht mehr. Für mich richtig heil sein heißt erleuchtet, erwacht sein. Und davon kenne ich jedenfalls persönlich keinen. Vielleicht ist es der Dalai Lama, vielleicht ist es Eckart Tolle, aber die sind ja sehr, sehr, sehr gering gesät sozusagen. Und für mich heißt tatsächlich aber auch, wenn wir nicht unsere spirituelle Natur entdecken und die entfalten und die entwickeln, dann nützt das gar nichts, wenn wir uns mit sehr teuren Nahrungsergänzungsmitteln sozusagen vollknallen. Da kommen wir nicht auf den grünen Zweig. Wir sind eine Körper, Seele, Geist, Einheit und alle diese Ebenen müssen genährt sein. Das ist in meinen Augen sehr, sehr wichtig. Und das wurde hier schon mal benannt und auch dieses wunderschöne Lied über Liebe, dass Liebe die stärkste Kraft im Universum ist und die Lösung für alle unsere Probleme. Oder ich würde das so mal ergänzen, was Eckart Tolle sagt, den ich sehr verehre, ein sehr bekannter Schriftsteller, Millionenauflage weltweit. Der sagt, dass alle unsere Probleme liegen an der Illusion der Trennung, hängen damit zusammen. Und deswegen die Lösung all unserer Probleme hängt zusammen mit dem fortgesetzten Bewusstsein der Einheit allen Seins. Und wenn Sie jetzt der ganzen Menschheit diesbezüglich drei Ratschläge geben könnten, wie man am besten ein gesamtheitlich heiles Leben führen kann, wie würden diese lauten? Sich natürlich zu ernähren, sich zu bewegen und zu meditieren. Medias heißt die Mitte. Und auch das orthotische Reiki ist eine Meditationsart. Man kann aber auch irgendwas anderes machen, Zen, was immer. Das ist unbedingt ausreichend. Der Dalai Lama wird gefragt, wie lange meditieren Sie? Und er sagt, normal vier Stunden. Und wenn ich Stress habe, mehr. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns dieses kurze Interview zu geben. Und dann wünschen wir Ihnen noch einen ganz schönen Tag jetzt bei den restlichen Vorträgen. Vielen Dank, herzlichen Dank. Alles Gute für Sie und Ihre Projekte. Vielen Dank.